Jetzt noch mal. Jetzt wird die Kategorie unbewusst und bewusst in größten Ordnung aufgemacht, weil ihr werdet jetzt genau wissen, was zu tun ist und es wird immer noch schief gehen. Ballhoch-Tanz geht hoch, Ball steigt, handt es erst, wenn der Ball den höchsten Punkt hat, und die Hand immer noch über den Ball ist. Erst dann geht die Hand runter. Also lange, 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 und dann geht das. Jetzt mal versuchen, dann lacht er, hoch, und das. Und der Lachter wird sehen, was passiert, wie früh die Hand immer abkaut. Und alle lachen, obwohl ihr Probleme habt.